So meine Freunde, Moshimosh, sag ich da nur. Nice. Ey, ihr habt mal eine Kombona. Diebstahl. Ähm. Nein, ich hab Parry gedrückt. Nein, jetzt ist Asien, der Kollege ist leckt. What? Uhuhuhuhu. Moshimosh, sag ich da nur. Let's go. Wait, what the fuck? Ach, scheiße, ich bin auf L1 gekommen. Deswegen kam. Deswegen kam Tengen auch rein. Premier Day. Woa. Wait, what? War ich verwirrt? Ja. Ich hab gar nicht mehr durchgeblickt, wer da jetzt gerade aktiv ist. Rengoku. Ich überlebe es aber nicht, oder? Ne. Fuck. Ich hab so nicht mehr durchgeblickt, wer dran ist, ne? Ah, fuck, ich kam nicht mehr zum Parryen. Weil ich noch in der, äh, animationen Stark war. So, mal sehen, ob der den Reset kennt. Ey, come on, ich hab da schon starker Angriff gemacht. Mann, wie hört sich das mit diesen Dicks? Ich freu ich mich, wenn Hinokami 2 rauskommt. So, mein Freund. Wenn, wenn irgendwann mal Hinokami 2 rauskommt. Komm schon, gönn mir den Reset. What? Nice, nice, nice. Nagi. Darf euch... Ey! Oh, come on. Come on, Game. Ach, maaaann. Ich verliere, weil ich den Dingser umsahne nicht. In dem Scheiß... Button. Dingser umsah, wie heißt das? Verspätung, Input lag. Ich werde ausge... Oh, du playst von den Legs, Alter. Es ist so eine Scheiße manchmal, ne? Ist das genug? Ich weiß es nicht. Das könnte reichen. Let's go! Moshimosh! So, und damit herzlich willkommen zu Demon Slayer. Ich dachte, zur Premiere der neuen Folgen können wir mal ein bisschen... Können wir mal wieder bei Demon Slayer reingucken. Oh, shit! Ich muss mich hier gerade voll konzentrieren, Alter. What the? So, weg mit dir. So, wie gesagt, ich dachte, zur neuen Staffel können wir mal wieder eine Runde reingötzen. Oder vielleicht noch zwei, drei. Leider ist das Game ja ein bisschen... Ja, ein bisschen Bait. Dadurch, dass wenig Content kommt. Shit. Ich dachte, ich dachte, Tanjiro Tengen kommt noch vorhin noch. Ich dachte, es funktioniert... Gut. Ich habe die Möglichkeit... Huch Close Alter, das ist hier aber auch Ein Fight Ich muss dir gerade bedenken, das ist hier ein NA-Heini Und deswegen Shit, boah Das war close Doch, mach mal Nein Come on Ja, mit Finisher See So, willkommen zurück Wie gesagt, zur Premieren-Folge dachte ich mir Von Premiere zur Staffel 3 meine ich Lass mich mal wieder spielen Wie gesagt, ich hoffe entweder, dass ein zweiter Teil rauskommt Oder Dass, äh, die Charaktere hinzugefügt werden Oh, oh, oh Sehr nice, sehr nice, sehr nice Oh, oh, oh Oh, oh Oh, nice, 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 nice Oh, shit Fuck Das habe ich so lange gebraucht für den Wirbel Nice, schöne Kombo Das war Stufe 3, ich bin doch egal So eine Waste Aber sah schön aus Oh, fuck, der Leg hat ihn gesaved Oh, zu spät gedrückt Nice Oh, Midwits head Oh, mein goodness Versuch was wert Oh, mein Gott, er ist weg So, willkommen zur dritten Runde Entschuldigt, dass ich nicht ganz so viel rede Aber das ist, weil ich hier so konzentriert bin Oh, shit Wir haben schon Rengoku im Weg zum Grabben Nice, schön, schön, schön Mein Freund, du musst noch ein bisschen mehr Oh, ho, 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 ho Da hast du gedacht, er ist eh nicht so schnell genug, ne? Aber Nicht mit mir, mein Freund Nein Nice, nice, nice Nein, nicht Kachang Gut, 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 gut Er wird sich auf jeden Fall zu lernen, das sieht man auf jeden Fall an Da muss man ihn auch anrechnen, meine ich Oh, pfff Dass mich das... Okay Oh, mein Gott, es war zu spät angenommen Ich würde ihn gerne mit einem geilen Komo wegdrücken, ne? Schmachan Nice Oh, shit Ich dachte, ich komme dazu zuwit schnell genug Ich durfte mich aber nicht killen Wow, Willy Wow Mann, ich will da mit einer geilen Kombo enden und nicht mit so einer lausigen Oh, mein Gott, es geht da nicht durch, ja Come on Shit, ich bin nicht schnell genug gewesen Okay Okay Das war... Ah Killt das? Ich glaube nicht Ich weiß aber, ah doch, das könnte killen Oder? Ah, nee Doch, okay, GG GG Ich hätte es viel früher beenden können, aber GG Okay Das war's. Er ist ein Teil der Luftwärmung und der Nahrung. Ich wusste, dass ich die Luftwärmung und den Fähigkeiten habe. Ich wusste, dass ich die Luftwärmung nicht verlebt habe. Yep Ja, aber ich werde da. Das war's.